Diese Familie aus Utah in den USA wird sich wohl noch lange an das Weihnachtsfest 2011 erinnern. Grund ist ein wirklich überraschender Weihnachtsgast, der leider ohne Santa Claus, rote Nase und Geschenke kam. Ein echter Hirsch. Das Tier fiel einfach durch das Kellerfenster wie auf einer Rutschbahn direkt in die Wohnung der Familie. Dort sind heute noch die Spuren des Aufschlags zu sehen. Verletzt hat sich der ungebetene Gast dabei glücklicherweise nicht. Dennoch schien er sich in seiner neuen Umgebung erst einmal orientieren zu müssen. Doch bevor es sich der falsche Rudolf auf Hausbesuch bei seinen Gastgebern allzu gemütlich machen konnte, kam die Tierrettung und brachte ihn zurück in seinen Wald.